Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu Catch'em All Challenge. Im letzten Part ist vollends geschehen und zwar haben wir da die vermeintlich erstmal letzten Entwicklung hier durchlaufen können für unsere Pokédex und haben weiterhin verzweifelt nach dem Helix-Force gesucht und es ist jetzt eine Weile was passiert hier zwischen dem letzten Part und heute. Ich habe offscreen einiges getan, sehr sehr viel. Kurzum, erstens habe ich ganz ganz viel getauscht mit dem guten Dario aka The Zero of Time, vielen Dank in diesem Fall dafür. Er hat nämlich die Let's Go Evolive Version. Insofern konnten wir für den Pokédex sämtliche Pokémon holen, die nicht von unserer Edition auszuholen sind und auch die Pokémon konnten wir tauschen, die alle so da waren. So, und jetzt fehlt uns noch Folgendes. Wir haben jetzt 146 Pokémon hier. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nochmal rüberschauen. Wir haben mittlerweile nur noch Sandama, was fehlt. So, jetzt muss ich nochmal knucken. Knudelnluft, ja, da fehlte uns nur noch ein Mondstein, ist mir aufgefallen. Und den habe ich mal eben schnell im Mondback tatsächlich geholt. Das werden wir gleich nochmal machen, dass den entwickeln. Also ich habe ja einen Pummelluft und hatte da vergessen, dass wir das eigentlich auch schnell entwickeln können. Aber ich habe den Mondstein eine Weile Mondback gesucht, aber er hat auch relativ schnell wiederum einen gefunden. Insofern, das werden wir auch gleich nochmal machen. So, hier alles, was getauscht werden sollte, haben wir mittlerweile alles da, was wir brauchen. Ihr seht, ist es schon. So, jetzt, was wir übrigens dann auch noch sehen, Ammonitas. Das, was eigentlich aus dem Helixos hier rausgehen sollte. Und ich habe Stunden über Stunden gesucht und ich habe kein Helixos hier gefunden. Ich war ewig hier in dieser Azulia-Höhle. Es ist Wahnsinn. Und habe letztendlich dann mich entschlossen, Ammonitas auch von Dario zu tauschen, weil er hatte selber auch eins. Insofern, das ist jetzt auch in unserem Team. Und das werden wir auch noch entwickeln zu einem Amoroso, genauso wie dann zu Sandama. Das habe ich auch schon soweit. Das ist nicht mehr viel braucht, um sich zu entwickeln. Und das Pummelhof wird dann auch Knuddelhof. Und dann haben wir eigentlich 149 Pokémon gefangen, die wir auch gesehen haben, wie wir uns sehen. Und da fehlt noch das 150. Das kommt dann letztendlich hier unten rechts. Und deswegen haben wir uns heute auch noch keinen. Wenn das alles klappt wiederum, dann heißt es letztendlich, wir haben alle 150 Pokémon gefangen, die es zu fangen gilt. Was andererseits bedeutet, wir sind dann heute mit dem 80. Part durch mit dem Let's Play. Das nochmal dazu. So, jetzt aber vorab erstmal Pummelhof holen. Erstmal suchen vor allen Dingen. Das muss ja irgendwie sein. Wo habe ich Pummelhof? Pummelhof, 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 Pummelhof. Da ist es. Gut. Einmal ganz kurz für Nino King mal kurz hier rein. Geht ja ganz schnell. Dann entwickeln wir jetzt schon Sandan und Amoritos sind ja schon im Team bei mir. Andererseits können wir es somit dann gleich entwickeln. Wir werden nochmal ganz kurz in die Chaneiras reingehen. Sollte das nämlich alles klappen. So, Entwicklungssteine, die sind hier. So, Mondstein gefunden für Pummelhof. Und damit haben wir die nächste Entwicklung gleich da. Sehr schön. Pummelhof entwickelt sich. Sehr schön, dann mal da ein Pummelhof. Pokémon Nummer 147 damit. Im Pokédex durch Entwicklung. Und dann fehlen jetzt auch noch zwei. Das zum Thema, das wir im letzten Part alle Entwicklungen schon hatten. Nicht mehr alle. Sagen wir mal so. So, Leute. Pummelhof oder zu Pummelhof. Damit haben wir das schon mal geschafft. Sehr, sehr gut. So, und auch der neue Eintrag. Perfekt. Pummelhof verfügt über einen sehr elastischen Körper. Es kann sich mit einem tiefen Atemzug zur schier grenzlosen Größe aufblasen. Das ist doch cool. Guild Master Time. So, dann kannst du gleich schon wieder raus aus dem Team. Denn da werde ich sehr, sehr gerne wieder den Nido King da. Weil ich mag Nido King sehr gerne. Wo ist Nido King hin? Wird ja irgendwo hier dann wiederum sein. Das habe ich zumindest vorhin auch gesehen. Da ist es doch. Perfekt. Und du kommst zurück. So. Sondern am liebsten jetzt wiederum an Schneeras trainiert werden. Und dann sollte das alles passen. Dann sind wir schon direkt an den richtigen Ort hier. In der Zürcher Höhle. Genau hier werden wir nämlich dann uns Mewtwo widmen im heutigen Park. Wir werden es nicht versuchen mit dem Meisterball zu fangen. Das wäre blöd. Insofern, wir werden es richtig regulär versuchen zu fangen. Und ich meine, es müsste auf Level 70 sein. Das wäre schon wieder eine kleine Herausforderung, weil meine Pokémon, die ich dabei habe, ja gerade mal so Level 63 sind. Insofern könnte es noch interessant werden, das wirklich zu besiegen. Bin ich mal sehr gespannt. Und natürlich auch noch fangen. Das wird der letzte große Fang sein in diesem Let's Play. Und dann sind wir auch schon durch. Tja Leute, so schnell ging es dann auch wiederum. So, aber zu meinem Resümee komme ich wahrscheinlich nach dem Mewtwo fangen. Ja, dem wie schnell wir hier sind. So. Und wie lange ich jetzt hier noch Schneeras fangen muss. Damit dann hier alles geklappt hat für unsere beiden Entwicklungen. Ammonitas braucht nur ein einziges Level noch dazu. Sondan braucht glaube ich noch drei. Aber das ist relativ schnell erledigt. Ich glaube, da reicht schon ein Schneerer aus. Also wir müssen dann wahrscheinlich zwei Schneerer fangen können, für beide. Und dann haben wir es geschafft hier. Sehr gut. Ja, ansonsten Leute, mit 80 Parts sind wir durch das Spiel durch. Und ansonsten kann ich sagen, wir haben das dann noch geschafft mit 150 Pokémon. Klar, man könnte letztendlich noch zwei oder drei noch zuhörzig fangen. Einerseits wäre das New. Könnte man aber nicht direkt hier im Spielverlauf fangen auch noch schon. Sondern müsste man mal das Verrat bekommen. Sag mal. Und andererseits gibt es natürlich noch Melton und Memeltal. Aber die gehören nicht offiziell zu dem, was wir letztendlich im Pokédex machen müssen, um den vollzukriegen. Und kann man auch nicht regulär in diesem Spiel fangen. Insofern zählen sie uns zu unserer Regel, weil letztendlich hieß es ja, Challenge ist dann, sag mal, hallo, bin ich zu schwach? Letztendlich hieß ja die Challenge, dass wir hier gerne Katsch im All machen. Insofern alle Pokémon fangen, die es zu fangen gilt. Aber es gibt jetzt nur für die 150 Ersten. So, bitte. Danke. Geht doch. Mal schauen, ob das schon reicht. Genau, und solange wir Mewtwo haben, müssten wir, glaube ich, nochmal zurück nach Alabastia. Und dann nochmal eine große Eich sprechen. Ach, guck mal. Wir brauchen wahrscheinlich doch noch zwei weitere, so wie es aussieht. Könnte hinhauen. Mindestens sogar. Na gut, dann ist es so. So. Nee, kein Schaufler, bitte. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen. Aber das sollten wir alles im zeitlichen Rahmen noch hinbekommen. So, Schanera. Schön, dass du da bist. Nächstes Schanera, bitte. Komm, schnell. Wir haben hier nicht so viel Zeit. Ich möchte die letzten Entwicklungen jetzt hier haben. Hallo. Das resette ich nochmal. Das bin ja immer relativ schnell, wie oft ich hier rumgelaufen bin. Ich kann jetzt nochmal schauen, ob ich jetzt vielleicht nochmal ein Fossil kriege. Wie viele Stunden bin ich hier lang gelaufen? Das war Verschwendung. Hätte ich jetzt lieber nicht gemacht. Um dann zu erkennen, nee, ich tausche es mir lieber rüber und entwickle es dann hier bei mir. Wäre schöner gewesen. Weil die werden ja auch sowieso Level 44 sein. Es ist ja nichts mehr da außer Ditto. Hallo? Liebe Pokémon, wo seid ihr? Schanera. Ja, Dankeschön. So. Sehr gut. Ich habe in der letzten Woche auch kein Shiny-Pokem angefangen. Insofern, die Sache habe ich jetzt auch aufgegeben. Na, ich kenne den Muster gerade, wo ich an... Nicht im Kreis. Schade. Na gut, ist es so. So, trotzdem passend bleibt bitte drin. Dann kriegen wir es hier schnell durch. Aber nein, natürlich nicht. Ich müsste auch noch genug Überbälle haben für Mutuals, würde ich mal so sagen. Sollte eigentlich reichen. Und wir haben auch ganz, ganz viele Goldene Bären noch. Die habe ich ja auch noch alle so weit schön gefunden. Das müsste ja reichen. Ich werde natürlich trotzdem vorher speichern, wenn ich sie nicht vergesse. Dass wir sicher gehen können, dass wir es auch wirklich fangen können. Das wird natürlich cool. So, bitte, bleib drin. Du hörst schlecht. Und wir haben immer... Und das ist jetzt so doll. Ach nee, ist noch drin. Okay. Ich habe es noch nicht ganz raus. Machen wir auch immer. Aber ich brauche es ja nicht mehr. Danach wollen wir es ja nie wieder nutzen. Meine Fangfertigkeiten. Warte. Geht auch. Sehr schön. Nicht ganz drin, aber muss er trotzdem passen. Sag mal, hallo. Irgendwann reizt es mir hier. Geht auch. So, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich wach. Nach sieben Minuten des Parts. Bitte, 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 bleib doch mal drin. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss doch alles in die Mütte reinstecken. Oh, der will gleich fliegen. Ich habe es genau gesehen. Du wirst aber hierbleiben. Die letzten Schöneire sind mir auch nicht entkommen. Geht doch. Geht doch, geht doch. Sehr gut. So. Und das sind noch mal schöne. Ah, wow. Okay, Sander flippt aus. Und dann bin ich das ja auch ein Level ab. Insofern hat auch eins gereicht. Gut, dann sage ich nichts. Sehr, sehr schön. Lag wahrscheinlich auch in einem erfolgreichen Fang, deswegen das so gut lief. Jetzt haben wir gleich zwei Entwicklungen in einem. Das ist doch richtig cool. Nehme ich doch alles mit. So, wer kommt zuerst? Sander. Gut, sehr schön. Somit haben wir auch Sander gemacht. Das sieht doch schon mal richtig cool. Bam, 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 bam. Ja, Leute, ich möchte das schon mal jetzt schon von euch wissen. Wie fand ihr das als Player an sich? Ich weiß, hier und da waren natürlich einige wieder aktiv, einige wieder inaktiv. Und zwar viele andere haben natürlich das Spiel einige Tage vor mir angefangen zu zocken. Also andere Let's Play jetzt zum Beispiel. Es greift gegen ihn mit seinen scharfen Clown an, berechnen diese im Kampf ab, wachsen die Binnen eines Tages nach. Schön. Nein, deswegen war es jetzt auf meiner Seite jetzt nicht so aktiv. Das ist mir auch schon klar, dass da nicht so viele bei mir geguckt haben. Ist auch nicht so schlimm. Jetzt unsere Challenge. Wir hatten Spaß mit den 80 Parts, glaube ich. Natürlich freue ich mich auch schon auf das nächste Let's Play. Mal gucken, wann das kommen wird und was es sein wird. Das werden wir dann alles sehen. Ist jetzt aber erstmal irrelevant. Erstmal haben wir unsere Entwicklungen durch. Sehr schön. Amita ist wohl zu Amoroso. Wir haben jetzt 149 Einträge insgesamt. Und jetzt kann es zum Mytho gehen. Sehr gut. Es verfügt über sehr scharfe Zähne. Offenbar starb es aus, weil seine Schale zu groß war und es sich daher nicht frei bewegen konnte. Gut, Leute. Wir haben es geschafft, dass wir zu langer. Dornkanone brauchst du nicht. Schiss. Bam, 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 bam. So, fangen wir zu der 2. Ist mir auch egal. Außer es kommt jetzt noch ein Shiny. Wer weiß? Wahrscheinlich eher nicht. So. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. So. Einmal zu Team, einmal zur Box. Dann will ich mir mein ganzes Team nochmal zusammenholen. Und diese Woche ist schon länger nicht mehr dabei, wie ich sehe. So. Und wer fehlt noch? Die man schon so lange nicht mehr dabei ist, dass ich wieder vergessen habe. Wo ist es? Wir müssen nicht alle hier nur zu finden sein. Irgendwie nicht so ganz, ne? Was seid ihr denn? Noccein. Hier ist es doch. Da. Noch ein bisschen älter her. Hier kommt man schon wieder einen neuen Dattelunterschied. Das ist unser letztes finales Team gewesen. Das nehmen wir auch wieder so mit. Totdruck wird man ein bisschen vorne. Film, YouTube. Das ist, glaube ich, am vollsten. Dagegen Psycho haben wir nicht so gut was, ne? Wenn ich mehr ehrlich bin. Soll aber trotzdem passen. So, dann gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Alperkander Vasen. So, lass mich hier durch. Dann kann es losgehen. Zum YouTube. Zum letzten Fang. Diesen Let's Play. Das wird cool. Sollte, glaube ich, noch einmal ganz kurz Totokai machen. Das war, glaube ich, nicht ganz voll, ne? Bin ich der Meinung. So, kann ich jetzt einmal richtig was verschwenden hier? Ja, gut. Supertrank, wo habe ich den? Wo habe ich den? Habe ich überhaupt noch einen? Nö, kommen wir nämlich auch einen Hypertrank möchten. Sollte auch reichen. So, bist du wieder voll. Sauber. So, da freue ich mich, Leute. Sehr, sehr schön. Nach so langer Zeit des Trainierens, des Levelings, des Pokémon Fangs vor allen Dingen. Ist es soweit. So, und dann ist die Challenge schon auch noch mitgegolken. Das war jetzt natürlich keine richtig schwierige Challenge. Das ist mir schon klar. Es war keine Nasslock. Sollte es natürlich auch gar nicht sein hier. Einmal so ein entspannendes Let's Placement machen ist natürlich auch immer gut. Nehmen wir alles immer mit, so wie es geht. Warum auch nicht? Lauf ich überhaupt gerade richtig? Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, nicht. Werden wir gleich sehen, Leute. Ich habe irgendwie die Befürchtung, ich laufe total verkehrt. Ah, ich muss da lang. Ne, das ist schon richtig, glaube ich. Ich meine, das ist richtig. Gut, es sieht noch so aus. So muss das alles passen. Sehr schön. Und da sind wir richtig, Leute. Da ist es. Einmal bitte speichern. 149 Pokémon haben wir gerade gesehen. Das letzte Pokémon. Vielleicht ja noch mal ein Shiny. Wer weiß. Sind wir soweit? Ich glaube, ja. Los geht's. So, alles geht los. Wir starten den Kampf gegen Mewtwo. Da ist es den. Mehr Startseite von Mieter erhöht. Das ist nicht so cool. Na gut. Wir haben wieder 5 Minuten Zeit vermutlich mal. Jawohl. So, dann würde ich mal sagen, kämpfen wir direkt mal mit dem Mega-Effektion und hauen da mal einen Mewtwo-Biss rein. Der ist nämlich sehr effektiv. Ich weiß noch nicht, ob der stärker ist als ein Stab-Siegerer. Das müssen wir dann mal überprüfen. Siehe wir dann ja. Ich bin sehr gespannt. Also, wenn ich es nicht vergessen habe, weil der relativ kurz ist, ich bald hier nach diesem Part, sollte eigentlich noch eine Best-Best auch dazukommen zu diesem Let's Play. Zu allen 80 Parts. Da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Da sollte nicht allzu viel fehlen. Uiuiui. Hält einiges aus. So. Das ist der Siedelwasser. Gucken wir mal, ob das mehr macht. Psychokinese. Das können wir jetzt wehtun. Ich habe eine gute Death eigentlich. Ja, das tat sehr weh. Das war ungefähr gleich viel. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich bin jetzt überhaupt besiegt. Ich habe nur noch... Ein Minute ist er schon oben quasi. Äh. Supi. Ich habe noch ein paar Top-Rängel. Ich habe gar nicht so viel zum Heilen, wie ich sehe, oder? Ja, Hypertrank. Bitte setzt keine Psychokinese ein. Das wird jetzt richtig blöd langsam. Totoo ist meine beste Defensive eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Keine Psychokinese? Natürlich. Okay. Von Nito müsste auch schneller sein als ich. Ja, das hat mir ja nicht so viel gebracht gerade. Das ist richtig blöd. Ja, dann ist Totoo tot. So, wie mache ich das denn jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt Bummo rufen, bitte. Danke. So, Simsal da. Ich will zumindest nicht angerufen. Da habe ich jetzt ein bisschen Schmuckloch mit drauf. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir das so besser hinkriegen müssen. Das ist nur meine einzige Chance. Hat nicht so viel Def, aber zumindest ist Psychokinese nicht so effektiv. Oh, ausgewichen. Oh, danke, Simsal da. Sehr schön. So, Spukball. Hau rein. Ein bisschen mehr machen. Ja, auch so. Ähnlich, ne? Weiter so. Ja. Was bloß natürlich, dass auch eine Anäsie drin hat. Das hat er schlau gemacht. Das Ding hat Genese. Oh, Scheiße. Toll, jetzt sind wir lieber am Anfang. Und jetzt sind wir schon zwei Minuten um. Wie soll ich das Ding denn so besiegen, bitte? Das ist nicht so cool. Das ist wirklich gar nicht mal so cool, Leute. Das gefällt mir nicht. Wie soll ich das denn dann besiegen? Gibt es die Genese noch so weiter? Ach, du Scheiße. Wie soll ich das Ding bitte besiegen? Erklärt mir das mal einer? Das ist Level 70, aber trotzdem. Das ist ein bisschen heavy. Ich kann ja mal Genese umgrüßen. Das will mir auch nicht wieder helfen. Da hilft mir ja ein Hinvertrank. Was passiert mir jetzt halt um? Ich denke mal, dann war es das mit dem Kampf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die... ...Pokémon hier so stark sind. Habe ich hier mit gerechnet, hätte ich gesagt. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Sind sie das mit Dankbar? Das ist schön, sich genese. Super. Wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das denn nochmal machen hier? Ja, gut. Nochmal ein Schwuchball. Ja, und das war es mit Simla da. Ähm, so komme ich nicht voran. So, als es mir tut. Das ist jetzt richtig blöd. Ich muss das Pokémon rufen. Ne, Blurak, der Rest hat eine psychische Schwäche, will ich nochmal sagen. Da ist eine psychogenesene One-Hit. So, ich habe jetzt nochmal Fliegen auf Blurak. Ich glaube nicht mal, dass wir die Zeit runterkriegen. Ich glaube vorher stimmt mein Team. Ich gehe mal auf Fliegen. Habe ich zumindest eine Runde, die aussetzt. Wir kriegen das Ding nicht besiegt. Warum muss das Ding nicht mit Genesung haben? Das habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ganz ehrlich nicht. Das ist ja richtig blöd. Wie soll ich das Ding dann besiegen? Ach, die Scheiße. Ich bin hier so wieder neben, schön. Crit, direkt tot bitte, danke. Ne, so gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Wir würden damit rechnen. Reicht das doch schon zum One-Hit? Fast. Ach, du Scheiße. Sind wir nochmal hoch? Ja, Leute. Das kriege ich so nicht hin. Das schaffe ich so nicht. Wie soll das denn auch gehen? Ja. Auf die Hälfte runter. Joa, ne? Ich kann jetzt nochmal, vielleicht drüge nochmal an die Sieger es nicht machen. Ich kriege ja vielleicht paralysiert oder so. Einen Donnerschlag. Ne, Sternschauer. Wow. Lass uns noch einmal aus. Jetzt können wir aber, glaube ich, alle sein Moves, ne? Amnesie. Die Juminese, Sternschauer und Venezon. Ja, Leute. Was mache ich jetzt? Die werden alle gewolltetet. Oh, noch Frage. So, erzähl mir mal 30 Sekunden. Was passiert denn, wenn die oben sind? Lötet die Mute-Done? Ich glaube schon, ne? Komm, vielleicht tut ihr jetzt was anderes. Ich gehe auf den Frieden, dann macht ihnen Todes viel Schaden. Wer weiß? Ihr geht auf den Amnesie. Okay. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Das war wahrscheinlich mal sinnvoll. Viel Änder. Steh ich ihn ab. Oh, das war nicht schlecht. Schnell noch eine. Schnell, schnell, schnell. Ich habe noch 5 Sekunden. Keine Psychologie, bitte. Genesung. Okay, und jetzt? Auf 0. Sollen wir jetzt runter? Ah, das ist ja mein bestes Pokémon ist dagegen. Jetzt habe ich jetzt nicht erahnt. So, nur? Also, und? Was passiert? Geflohen? Lötet ist erschwunden. Ganz klasse. Gut. Dann müssen wir es nochmal probieren, weil ihr haben gesehen, Niduke kriegt es ja hin anscheinend. Aber nur mit Glück haben. Leute, Gott sei Dank, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, und da bin ich auch schon wieder. Ja, das hat eben nicht so ganz mit Mewtwo geklappt. Ich habe auch eben gerade noch einen weiteren Versuch gestartet. Auch der ging nicht so richtig gut auf. Ich habe jetzt eine ganz neue Strategie, wie wir ja jetzt da mal rangehen. Und zwar habe ich jetzt, ähm, äh, ich hatte so Niduke noch drin, aber die anderen beiden Psycho-Schwächen, Nocchan und Lisa-Floppy-Klaus. Da verbinde ich Enteron drin und Dragoran. Die sind halbwegs auf einem guten Level. Enteron kann wiederum Kreide schreien. Das heißt, wir haben dann die Chance, um sie def zu senken, wenn ich die erste Psychogenese überleben sollte. Und dann kann ich mit meinen Fügel schon angriffen zumindest deutlich mehr machen. Und die ist mir danach hoffentlich dann down bekommen. Das wäre ganz schön. Schauen wir mal, ob wir das dann so hinbekommen können oder auch nicht. So, Leute. Nächster Versuch. Für mich schon für sich mal drei. Für euch nochmal zwei. Wir werden mal sehen. So, Leute. Los geht's. Erneut gegen Mewtwo. Diesmal schaffen wir das. Enderon, überlebt die erste Psychogenese und setzt einen Kreideschrei ein. Das wäre schon ziemlich wichtig, wie ich finde. Kreideschrei, bitte. Und natürlich, ja, es wird wahrscheinlich sterben. Dann letztes Mal was ein Quid. Okay, der war gar nicht nötig. Na gut. Das dazu. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. So, da er noch keine Amnesie drin hat, kann ich auch deine Richtung speziell reingehen in Sinsala und dann nochmal einen Schwuchball drücken. Das wird, glaube ich, ganz gut. Dann mache ich das so gut, wie ich kann. Dann versuchen wir es nochmal mit Mewtwo King. Und Tritt wäre nochmal nebenbei ganz cool. Natürlich kommt jetzt die Amnesie. Das Ding ist genau, das Ding ist viel zu intelligent. Das ist auch so ein Statuswert, den er erhöht hat hier. Bitte critten. So, jetzt müssen wir es in Minus Death. Oh, Gott. Minus Death? Nö. Ja, Leute. Das würde wahrscheinlich auch wieder schief gehen. Super. Die Genesung wieder nehmen, das ist schon mal eine gute Sache. Ich stecke jetzt den Spielball für den trotzdem Minus Death. Da ist der Crit! Uh, Sinsala ist on fire. Und, oh, und der Minus Death Drop. Geil, komm. Das bedeutet, wenn er jetzt keine Genesung drückt, komm, bitte keine Genesung. Natürlich. Okay, das heißt, er ist nur noch plus 1 in der Spitze. Komm, bitte. Hau nochmal auch nicht rein. Mach noch einen Crit. Der wird jetzt nicht reichen. Nee. Na, was kommt? Nichts mehr. Gut. Jetzt ist der plus 1 in der Spitze. Und genau auf die Genesung. Super. Ja, Sinsala schlägt sich hier noch richtig gut. Wie ich finde. Komm schon. Hau rein. Nochmal Minus Death, nochmal einen Crit bitte. Minus Death zumindest. Das wird jetzt mal reichen. Das wäre wichtiger als ein Crit gerade sogar. Nee, natürlich nicht. Gas geben. So, jetzt komme ich nicht zur Genese. Ist doch klar. Wäre schön, wenn er öfters mal auf Sternstauer geht. Das wäre ganz cool. So, Spur bitte. Hau rein. Na? Nee. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Genesung. Mal gucken. Lieb sich wie Genese. Okay. Der 4 an der hier würde jetzt leider noch nicht reichen. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Dann müsste ich jetzt nur reinhürt und Donnerschlag mal provozieren. Weil ich kann natürlich auch Biss gehen und da hoffen, dass er ein Drop kommt. Sobald Biss kann ich glaube ich auch flinchen eher, ne? Ist egal. Ich hole es mal rein. Gehe in die Mega. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann beiße ich dich zu Tode, Kollege. Wenn die Zeit noch ein bisschen mehr da wäre, das wäre schön. Weiß ist kaputt. Aber bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Komm. Nein, natürlich kommt die Genesung. Und du bist wieder voll. Das hat sich richtig gelohnt. So. Wobei Biss, wer glaubt, die attackiert jetzt tatsächlich flinscht, ne? Was hier diesmal nix nützt, weil Tode ist langsamer als Gefühl. Na gut. Jetzt ist mir ein bisschen Schaden gemacht. So, dann wird es mich jetzt auslocken. Kann ich nur... Nee. Reizsteinschauer. Tatsächlich nicht. Wow. Das reicht tatsächlich. Äh, Glurak, Hoffnung auf Donnerschlag. Paralyse. Dann habe ich noch mehr Chancen. Dann können die Nioh-Klinge schneller sein und noch mal ein Piedern heraushauen. Das wäre echt wichtig. So, Donnerschlag bitte. Paralyse. Okay, komm. Komm, das kann was werden. Ähm, komm schon, bitte paralysier! Natürlich nicht. Okay. Jetzt macht ihr die Genesung. Ja, das würde auch nicht. Die tief war wieder nix. Kann wahrscheinlich das schon wieder rauskacken. Sehr geil. Ich probiere es trotzdem, Leute. Ich bleibe dran fest. Fit und Para. Wow. Okay. Fit und Para. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wobei doch... Ja, ich habe eh nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch eine Minute. Ich bin schneller. Sehr gut. So, paralysiert. Sehr schön. Weiter einen Schaden machen, bitte. Weiter, 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 weiter. Aber wenn er jetzt paralysiert ist, ist es natürlich gelönt, weil ich hätte gerne dann, soweit Nioh-King dabei ist. Ja gut. So, Nioh-King. So, jetzt wieder paralysiert und sein danach die ganze Zeit über. Ich muss dann wiederum mit viel in der Treffen. Und dann kriegen wir es auch hin. Nur dann natürlich. So, ansonsten, Tragoran wird mich viel Nasch anmachen wahrscheinlich mit seinem Hutanfall. Mal gucken, wieso bitte paralysiert er. Ich müsste eigentlich auch schneller sein. Jetzt dann sowas so. Oh, nee, er ist schneller, aber die Full Para. Bitte triff. Oh mein Gott. Das wird noch nicht reichen, glaube ich. Knapp, 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 knapp. Hier gehe ich jetzt auf den Erdbeben. Ich gehe nochmal fliehen, na komm. Nee, ich sitze auf die Psychogenese. Oh, scheiße, Leute. Oh, scheiße, ich muss mich jetzt beeilen. Noch 14 Sekunden. Ich übernehme es. Bitte triff, 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 bitte, 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 bitte. Ja, oh mein Gott. 7 Sekunden vor Ende, Mewtwo ist tot, geil. Oh. 2 Sekunden, 1 Sekunde, 1 Sekunde vor Ende in den Kampf. So, Leute, jetzt gebe ich alles. Und wenn ich notfalls den Meisterball werfen muss. Oh, Hilfe. Wir haben es geschafft. Lass ich vielleicht erfangen. So. Das ist die erste. Ich gebe zwei direkt danach los. So. Immer noch so schwer zu fangen. Oh, scheiße, Leute. Ups. Ich schmeiße mich hier in meinen Kopfhörer rein. Bitte bleib gleich drin. Komm, bleib drin. Gleich drei Wackler zu anfangen. Komm schon. Ich gehe auch schnell runter. Ach, sag mal. Es geht schon wieder los. Sag mal, ich werfe es so doll, ich kann. Und dann wirft er viel zu hoch. Hallo. Okay, nicht in den Kreis rein. Komm schon. Ne, nervöser Herr Marek. Wenn er Anzeige macht zu fliehen, dann bekommt er Meisterball. Nein, wir haben es geschafft. Mewtwo ist gefangen. Wir haben es geschafft. Boah. Der dritte Versuch. Leute, das ist unser 150. Pokémon. Wir haben die Challenge geschafft. Oh mein Gott. Wir sind geil. Mewtwo-Eintrag. Mewtwo-Mew weisen sie ähnliche Gene auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sie sich beide erheblich. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Mewtwo gefangen. Wir haben es hinbekommen. Ich glaube es nicht. Oh Gott. Leute, die Challenge ist geschafft. Gollacatch'em all. Wir haben es hinbekommen. Fluchtsaal raus hier. Oh, hat lange gedauert. Jetzt ohne Cut, Leute, wären wir jetzt im Part bei 35 Minuten. Das mache ich jetzt aber nicht. Hey, guckt mal, Leute. Gary ist da. Hey, Kacko. Oh, sag nicht, du hast... Hast du dieses mega starke Pokémon echt schon gefangen? Oh, verstehe. Mewtwo heißt das also? Oh Mann, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Naja. Er war so schneller als ich. Und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Das ist sie. Ja, das ist mich, in dem ich begegnet bin. Es war wohl auch auf der Suche nach Mewtwo. Wie geredet hat es nicht, aber es schien mir unheimlich stark zu sein. Egal, die Sache wäre also abgehakt. Hier, das kannst du vielleicht nachher gebrauchen. Drei Fluchtsaal. Ja, jetzt kriegen wir dich jetzt. Sehr schön. Das Mewtwo ist übrigens auch irgendwo hier. Wenn du im Gegner bist, dann sei bitte so nett und zeig ihm Mewtwo. Du weißt schon, damit es nicht wirklich nach dem Pokémon sucht. Das ist irgendwo hier. Ich weiß auch schon, welches Mewtwo das ist, Leute. Aber das werden wir uns nicht mehr gönnen, glaube ich. Oder vielleicht, wenn sie jetzt hier ganz in der Nähe ist, dann kann ich vielleicht noch mal nachschauen. Ah, die sind ja alle besitiert. Na, super. Oder ist sie denn hier vielleicht in der Zuge der City? Das wäre natürlich schon mal einfacher, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie hier irgendwo ist. Ist aber auch egal, Leute. Wir klingen so nach Alabastia. Da muss ich mal dich jetzt mal ganz kurz rauskommen. Ah, ich habe überlebt. Dank unserer Freundschaft, Leute. Ihr habt gesehen, wie wichtig sie ist. Ihr habt das alle gesehen. Die Kette ist auch schön. So, wunderbar. Einmal zurück Himmelswelt nach Alabastia. Da machen wir Schluss in diesem Let's Play. Das haben wir uns aber auch verdient. So. Sehr cool. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wer sie ist, die Mewtwo gesucht hat. Wer weiß, vielleicht taucht sie auch in Alabastia auf. Ich glaube es ja nicht. Gott, Axel. Siehst du, wir haben es geschafft. Nein, möchte ich nicht. Aber wir haben es geschafft. Hast du es gesehen? Wir haben Mewtwo. Wir haben alle 150 Pokémon. Geil. So. Wie sieht es hier aus? Guter Professor. Einmal gezeigt. Schön, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Lass mich meinen Blick drauf werfen. Wolltet wird mir überprüft. Ist bis zu 150 Pokémon gesehen und 150 Pokémon gefangen. Professor A ist laut Bewertung leutet wie folgt. Du hast den Pokédex so vollständig. Herzlichen Glückwunsch. Das, den Text wollte ich sehen. Endlich. Dir ist es tatsächlich gelungen, einen absolut lückenlosen, fantastischen Pokédex für mich zusammenzustellen. Boah. Danke, Capcom. Meinen aufrichtigen Dank. Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Und das war's? Okay, ja gut. Dann haben wir es auch geschafft, Leute. Komm, wir gehen nochmal kurz zurück nach Hause. Es ist geschafft. Ein weiteres Projekt geht zu Ende. Wahnsinn. Wir haben es hinbekommen. Und ja. War eine Challenge, die man sich gönnen konnte. Habt ihr die Challenge genauso gemacht? Habt ihr auch gesagt, komm, ich fange mir auch alle 150 Pokémon? Das haben bestimmt einige gemacht. Aber es ist auch in Ordnung. So. Ich lege eine kurze Pause hin. Alle sind auch auf vollem Level. Sehr schön, Leute. Und wir haben es geschafft. Freue ich mich. Aber mehr sagt sie auch. Ne, ja? Gut. Insofern, beenden wir doch einfach mal da, wo es aufgehört haben. Mit dem Let's Play hier. Hier oben in unserem Zimmer. Hier in unserem Bett. So. An dieser Stelle würde ich sagen, das war's für heute. Und auch fürs Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Schreibt mir natürlich eure Sachen soweit in die Kommentare. Vergesst nicht, bald kommt das Best of wiederum hier zu Let's Play. Ansonsten freue ich mich wieder, euch weiterhin hier auf diesem Kanal begrüßen zu können. Zum nächsten Projekt wiederum. Was kommt? Auch ein weiteres Pokémon-Projekt vielleicht. Auch eine weitere Challenge. Wir werden mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. See you next Challenge. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis dann.